In den letzten Monaten habe ich in politischen Diskussionen und Entwicklungen immer wieder bestimmte Merkmale beobachtet, die mich stutzig gemacht haben. Ich war mir jedoch zunächst unsicher, ob es sich dabei nur um ganz persönliche Bewertungen handelt oder ob all dem vielleicht dann doch ein Schema zugrunde liegt. Inzwischen glaube ich, dass Letzteres der Fall ist und will euch in diesem Video ausgehend von meinen eigenen Beobachtungen den Begriff der Hyperpolitik und der Demokratiedämmerung vorstellen. Worum es mir geht, ist klarer zu verstehen, was gerade politisch passiert. Dass Demokratien sich weltweit im Rückgang befinden, habe ich ja schon mehrfach in Videos thematisiert. Ein bekannter Indikator dafür ist der sogenannte Demokratieindex. Aber Demokratien sind nicht nur durch äußere Entwicklungen wie Umweltkatastrophen oder Rohstoffkrisen in die Zange genommen, sondern durch Prozesse, die sie selbst verursacht bzw. mitverursacht haben. Darunter der Klimawandel mit Folgen wie Hunger, Armut, Wassermangel. Auch unmoralisches Wirtschaften und extreme ökonomische Dominanz haben zu Armut, Ausbeutung und Neokolonialismus geführt. Einige der Gründe, die Demokratie in die Knie zwingen und zu ihrer Erosion beitragen können, sind innere, immanente Gründe. Betonung auf können, nicht müssen. Denn am Ende gilt für alle politischen Überlegungen, dass es immer auch die Möglichkeit gibt, anders zu entscheiden und auch anders zu handeln. Denn Politik ist ein komplexes System und solche komplexen Systeme erzeugen gerade in Zeiten starker Dynamik und Veränderung notwendig auch Kipppunkte. Und da kann man einschreiten. Welche Bahn ein System, auch ein politisches, dann einschlägt, lässt sich allerdings nicht exakt voraussehen. Determinismus war und ist zwar eine naheliegende und häufig auch herangezogene Doktrin, wenn es um die Erklärung politischer Prozesse geht. Das musste so sein. Doch zu oft landet er dann im trüben Wasser des Populismus. Denn in erster Linie entlastet Determinismus. Das musste ja so kommen. Als Erklärung entbindet er uns dann auch von der Verantwortung, einschreiten und anders handeln zu müssen. Selber zu handeln, verantwortlich zu sein. Warum sollten wir uns ändern, wenn sowieso alles vorherbestimmt ist und jeder weiß, wie die Sache ausgeht? Damit soll ja nicht bestritten werden, dass es wie in jedem komplexen System auch in der Politik geradezu mechanische, lineare Prozesse gibt. Oft in der Bürokratie. In der Physik und Mathematik jedenfalls werden solche Prozesse als Trajektorien beschrieben. Also als Entwicklungslinien, Bahnen oder auch Felder, die genau bestimmen, wohin sich die einzelnen Elemente in so einem Feld bewegen. Analog die einzelnen Player einer Gesellschaft. Doch genau diese einfache deterministische Mechanik versagt, wenn Systeme in Turbulenzen geraten und sich Phasenübergängen nähern. Und das bedeutet, dass sie gerade in Zeiten der Transformation alles andere als planbar, linear verlaufen. Sie sind im Detail eben gerade nicht voraussagbar. Jedenfalls da nicht, wenn sie Kipppunkten näher kommen, sich das Ordnungsregime ändert und in Phasen chaotischer Dynamik übergeht. Genau in einer solchen Phase befindet sich momentan nicht nur der globale Handel, sondern auch viele Demokratien. Kriege, die Klimakatastrophe und ihre Folgen, die durch Digitalisierung veränderten kulturellen Lebenswelten. All das mündet geradezu notwendig in einer Art Druck, der zu Veränderungen von allen Seiten führt. Aber wie sehen diese aus? Beobachtet man die tatsächlichen Reaktionsweisen Deutschlands auf diesen Druck, lässt sich seit einigen Jahren ein klarer Trend beobachten, eine Art von virtueller Politik zu betreiben. Ein gutes Beispiel für das, was ich meine, sind die ganzen gute XY-Gesetze, wie das gute Kita-Gesetz oder das starke Familiengesetz. Diese Namen sind verschiedentlich schon als Framing-Keule bezeichnet worden, denn sie sollen unser Denken und unsere Emotionen in eine ganz bestimmte, gute Richtung lenken. Den Gesetzen liegt ja immer ein reales Problem zugrunde und dieses Problem muss gelöst werden. Häufig handelt es sich dabei um Entwicklungen, die ohne weiteres Eingreifen auf steigende Unruhe zulaufen würden. Zum Beispiel auch auf mehr Armut, auf einen Triggerpunkt, wie der Soziologe Steffen Mauer das formuliert. Er identifizierte vier typische solcher Trigger. Ungleichbehandlungen, Normalitätsverstöße, Entgrenzungsbefürchtungen und Verhaltenszumutungen. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Reaktion auf diese Triggerpunkte darin besteht, zu versuchen, die zugrunde liegenden realen Probleme zu lösen und zwar, indem ein neues Gesetz erlassen wird. Faktisch wird mit immer neuen Gesetzen oder, sehr beliebt, neuen Selbstverpflichtungen der Industrie, die schnelle dringliche Veränderung, etwa im Klimanotstand, schlicht ausgesessen und vermieden. Anderes Beispiel. Seit es sogenannte Gastarbeiter gab, wird in Deutschland über ein Einwanderungsgesetz debattiert. Das sollten wir ja irgendwie endlich mal haben. Ein Einwanderungsgesetz, das interessierten Arbeitssuchenden tatsächlich ermöglicht, in Deutschland zu arbeiten. Und das ist bis heute nicht geschehen. Inzwischen wird Deutschland immer uninteressanter, zumindest für die Fachkräfte, die wir ja wirklich suchen. Und zwar aufgrund des Fehlens eines solchen Gesetzes und klarer Kriterien. Aber auch aufgrund zum Beispiel der schlechten Wohnungslage und einer nur mäßigen Aufnahmekultur. Man kann Entwicklungen auch so lange aufschieben und ins Theoretische verschieben, bis wirklich alles zu spät ist. Anders mit der Fiktionalisierung der Politik, das heißt mit der Lösung politischer Probleme durch Verschiebung in den Raum von Theorie und Gesetz. So versucht man beispielsweise die prekäre Lage vieler Studentinnen, insbesondere nach Corona, dadurch zu verbessern, dass man eine Regelung erlässt, die theoretisch die Möglichkeit bietet, von der Energiepauschale Gebrauch zu machen. Theorie, super, wir haben das Problem gelöst, scheinbar. Doch Studentinnen haben reihenweise aufgrund der ausufernden, realbürokratischen Anforderungen, die sie erfüllen müssen, resigniert. Man löst ein Problem, indem man eine perfekt aussehende, theoretische Lösung in Form eines Gesetzes formuliert, eines guten Gesetzes. Und dann auch im Parlament nach Diskussion verabschiedet. Problem gelöst. Bestes Beispiel für dieses Vorgehen ist das gute Kita-Gesetz. Das Gesetz wurde 2013 unter anderem eingeführt, um allen Berufstätigen eine Versorgung ihrer Kinder und damit auch gute Arbeitsmöglichkeiten und auch Bildung zu garantieren. Gesetz gemacht, Problem scheinbar gelöst. In der Realität scheiterte das Gesetz jedoch bereits bei seiner Verabschiedung daran, dass der hehre juristisch fixierte Anspruch durch nichts in der Realität gedeckt war. In der Realität fehlten absehbar damals schon auf Jahre nicht nur Kitas, sondern auch Personal und Geld. Ja, was nutzt denn ein Rechtsanspruch, wenn ich das Recht zum Beispiel auch überhaupt nicht einklagen kann? Und so gehen viele Eltern und Kinder faktisch nach wie vor leer aus. Problem nicht gelöst. Folgt man dem Statistischen Bundesamt und der neuesten Bertelsmann-Studie, dann fehlen derzeit in Deutschland mehr als 400.000 Kita-Plätze und die entsprechenden Fachkräfte. Ein Gesetz mag noch so toll ausgedacht sein. Ändern wird es erst dann etwas, wenn seine Umsetzung nicht absehbar an der Realität scheitern muss. Es scheint, als arbeitete man in der politischen Steuerung komplexer Probleme zunehmend nach solchen Maßgaben des Gute-Kita-Gesetzes. Abstrakter formuliert führen meine Beobachtungen zu dem Schluss, dass zumindest unsere Demokratie zunehmend reale Probleme durch eine Verschiebung ins, sagen wir mal, juristisch-theoretische zu regeln versucht und dabei mit Absicht oder nicht dem Bereich der Realität die Fakten wie Personal, Infrastruktur, Finanzen, Einklagbarkeit schlicht ausblendet. Es ist ein wenig so, als spiele man immer intensiver ein Politik-Online-Spiel, in der Hoffnung durch gute Ergebnisse bei diesem Spiel, dann auch den Ernstfall in den Griff zu bekommen. Und unterstützt wird das Ganze noch durch die alltäglichen Talkshows, in denen jeder mehr oder weniger ungehindert und ungefragt und nicht gestört von irgendeinem soliden Faktencheck behaupten kann, was er oder sie gerade denkt, was ihm einfällt oder was er will. Das verführt zu dem Glauben, gute Lösungen entstünden in den Medien und Demokratien hätten sich vor allem im Fernsehen zu bewahren, bewähren vielleicht auch noch im Radio, während die Probleme in der Praxis weiterhin ungelöst bleiben. Ein weiteres Beispiel. Der Herr Kanzler verkündet den nächsten Doppelbums. Und der Staat ist erneut nicht in der Lage oder nicht willens, keine Ahnung, die bereits vor Jahrzehnten vereinbarten 2% des Bruttosozialeinkommens für die Bundeswehr auszugeben. Fakt ist, dass es finanzielle Verabredungen gab und gibt, um die sich die Regierung, gleich welcher Partei, schlicht nicht kümmern. Stichwort schnelle und vollständige Abschaffung von Kinderarmung und Bildungsnotstand. Immer wieder gefordert. Tolles Ziel. Das also ist der Verdrängungsmechanismus des realen in der gegenwärtigen Politik. Man identifiziert ein komplexes Problem und formuliert vollmundige Absichten. Man will Milliardenlöcher stopfen. Endlich Land der Ideen sein. Bildung. Super. Die Armee wehrtüchtig machen. Schule, Bildung und Hightech voranbringen. Digitalisierung. Klar, sind wir super. Und endlich auch den Missstand der Kinderarmut beheben. Am Ende scheitert echte Verbesserung dann immer wieder an der Realität. Und das Perfide ist, dass dies bereits zu einem Zeitpunkt klar ist, zu dem man das Gesetz, also die Lösung, beschließt. Mir scheint, dass der Begriff der Hyperpolitik, den der Historiker Anton Jäger in Anlehnung an Peter Sloterdijk in die Debatte wieder eingeführt hat, einige Aspekte meiner Beobachtung anspricht. Hyperpolitik, schreibt Jäger, Zitat, verspricht die Neuverzauberung des öffentlichen Lebens. Und zwar für diejenigen, die sich aus dem öffentlichen Raum längst verabschiedet haben. Wörtlich schreibt er, in einer neuen Verschmelzung von privatisierter Selbstdarstellung und politischem Enthusiasmus findet die Hyperpolitik einen Ausweg für den Wunsch nach einem Ziel und einer Aufgabe. Genau darum geht es. Auswege für Wünsche und virtuelle Antworten auf die reale Verzweiflung vieler Menschen zu finden. Denn verzweifelt sind viele, die in einer der immer noch reichsten Nationen der Welt prekär leben und nun auch um die Zukunft ihrer Kinder fürchten müssen. Treffend sind die Beobachtungen und Analysen, die der Politikwissenschaftler Veit Selk in seinem, ich finde, grandiosen Buch Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie entfaltet, auf das ich noch kurz eingehen möchte. Eine seiner Kernthesen ist, dass sich die Gestaltung der Demokratie von der Ebene der Realität auf die Ebene der Theorie verschoben hat. Demokratietheorien haben ebenso hoch Konjunktur, wie die vielen Vorschläge, wie Demokratien durch viele Stellschrauben in der Theorie zu retten sind. Doch die Verschiebung ist ebenso problematisch wie die Theorien selbst, die nämlich mit der Komplexität der Realität längst nicht mehr Schritt halten können. Also auch die Theorien stimmen nicht. Zur Evolution gehört in der Biologie, wie in der Gesellschaft, konstant neue, vielfältige Lebensformen hervorzubringen. Das gilt auch für Demokratien. Demokratien haben sich verpflichtet, diese Vielfalt zu schützen. Modernisierung bedeutet, die Vielfalt der Prozesse, Meinungen und Lebensformen zu bejahen und auch zu steigern. Die Folge ist also notwendigerweise eine wachsende Ausdifferenzierung und Pluralisierung, das heißt eine Zunahme der Vielfalt von Stimmen, von Meinungen und Positionen, die hier und da ihrerseits neue Problemlagen schaffen. Hinzu kommt noch der Anspruch, fortschreitend Bürgerkompetenz und Entscheidungsfähigkeit der Bürgerinnen zu garantieren, zugleich aber, trotz Pluralität, stabile Institutionen und Verfahren zu schaffen, um all das zusammenzubringen und zu bewerkstelligen. Faktisch löst sich die Vorstellung, in einer gemeinsamen Welt zu leben, zunehmend auf. Der zunehmend aggressive Identitätsdiskurs belegt zum einen tatsächlich diese Zunahme von Diversität, zugleich aber auch die Tendenz, sich zurückzuziehen und ungestört in Eigenregie in seinem kleinen Raum zu leben. Diesen Trend verstärkt die Digitalisierung noch und auch die weltpolitische Entwicklung weist ja in Richtung einer Deglobalisierung, also mehr und mehr Nationalstaaten. Es scheint, dass sich zunehmend voneinander abgegrenzte Rechtsräume entwickeln, etwa in den USA, in Europa, China, Russland, arabische Staaten, Lateinamerika. Um die so entstehenden Probleme zu lösen, denn man will ja miteinander klarkommen, entwickelt sich Demokratie zunehmend zu einer Experten-Demokratie, was der Idee der Bürgerinnenbeteiligung natürlich widerspricht. Aus diesen und anderen Beobachtungen wurden verschiedene Theorien des Niedergangs von Demokratien entwickelt. Und tatsächlich mehren sich ja auch Rückfälle in nationalistische Denkweisen, regressive Verhaltensweisen und Populismus. Populismus ist ja nur der Versuch, Komplexität durch ihre Leugnung zu bewältigen, etwa indem er mithilfe digitaler Medien flächendeckende, einfache Lösungen, die angeblich funktionieren, propagiert. Eine Kernthese solcher Theorien ist daher, dass die fortschreitende Modernisierung, also die Evolution von Demokratien, damit auch ihre Ausdifferenzierung, paradoxerweise die Pfeiler der Demokratie selbst untergräbt. Und zwar, indem sie eine Komplexität schafft, mit der herkömmliche Modelle von Demokratie nicht mehr umgehen können. Wörtlich schreibt Selk, die Vorstellung einer sich in gleicher Freiheit Gesetze gebenden Bürgerschaft wird zu einer fiktiven, bloß normativen Kategorie. Sie verfehlt die politische Wirklichkeit. Eine der interessanten Thesen von Selk ist, dass wir nur dann vorankommen werden, wenn wir auch in der Theorie wirksame alternative Paradigmen entwickeln. Denn das bisherige Paradigma der Demokratie ist nachweislich in die Krise geraten. Wir befinden uns daher mitten in einem Paradigmenwechsel, einem Phasenübergang und werden weiter mit Ankündigungen von fiktiven Doppelwummsen leben müssen. Und weil ein Unglück leider selten alleine kommt, geschieht diese Veränderung der Demokratie, die wir jetzt bewältigen müssen, inmitten finsterer, turbulenter Zeiten, die sich wiederum zahlreichen miteinander vernetzten, planetaren Krisen verdankt. Und die Aussichten für die nächste Zeit, Selk glaubt nicht, dass die Überwindung der Krise der Demokratien und der Probleme der Demokratietheorien kurzfristig möglich sein wird. In meiner Sprache formuliert, es gibt keine Abkürzung für die Lösung komplexer Probleme. Die Lösungen müssen angemessen, so und jetzt kommt's, und das bedeutet leider auch zunehmend komplex sein. Ob das jetzt gut zu vermitteln ist? In Demokratien, die von Präsidenten wie Donald Trump geleitet werden, sicher nicht. Oder vom Führungspersonal rechtsradikaler Kräfte wie Orban, Le Pen, Wilders oder auch der hiesigen AfD. Derzeit bleibt die Krise ungelöst und das ist genau die Schlussfolgerung, die man unter dem Strich aus der gegenwärtigen Diskussion im Parlament ziehen muss, leider. Was uns alle nicht daran hindern darf, immer wieder gemeinsam nachzudenken und gemeinsam neue Lösungen zu finden. Beleidigung und Bashing und Hate hilft da genauso wenig wie Gewalt, Terror oder die Revolution. Denn am Ende ist jede Revolution, Stichwort Kipppunkte, vollkommen unkontrollierbar. Und tschüss. Stichwort Kipppunkte